Hallo und willkommen zurück zu Medieval 2. Wir haben zuletzt unsere Truppen hier im Süden etwas zusammengezogen. Wir haben eine kleine Streitmacht der Franzosen besiegt. Wir stehen jetzt hier bei Toulouse. Toulouse ist das nächste Ziel, das wir angreifen wollen. Wir haben hier oben Truppen, mit denen wir in Richtung Dijon wollen. Und da oben sehen wir auch gleich, weshalb das notwendig ist. Die Mailänder sind da. Und wir ziehen mit den Truppen also bis da. Dem könnten wir hier den venezianischen Kaufmann erledigen. Machen das aber nicht. Haben wir noch einen Priester. Oder einen Hauptmann, mit dem wir uns nochmal versuchen können. Das hat offenbar auch funktioniert. Sehr schön. Ja, wir werden dann einfach nochmal warten. Also die haben hier... Ja, die haben hier auch einen Katapult dabei. Hier haben wir ein paar Truppen. Ja, das könnte... Könnte sein, dass die angreifen werden, bevor die Truppen da sind. Aber, naja gut, gucken wir mal. Ja, wir haben keine andere Wahl, ne? So, okay. Dann haben wir hier oben bei Rennen die Flotte. Die ist zum Fortbilden da, genau. Ach stimmt, wir haben ja jetzt schon wieder eine ganze Runde hinter uns gebracht. Müssten die jetzt eigentlich nur wieder beenden. Dann haben wir hier noch ein paar Truppen, ein paar Reiter. Die haben wir hier fortgebildet zuletzt. Jetzt bilden wir hier noch einen Panzerritter aus. Okay, dann schicken wir auch die vier Reitertruppen Richtung Osten, denke ich. Unsere Beziehungen zum Heiligen Römischen Reich sind auch nicht die besten. Oh, hier ist eine Hexe. Fürchtet euch nicht vor dem Unerklärten. Ja, was macht sie? Die Hexe? Ihr versteht meine Kunst als Ketzerei? Nee, ich verstehe deine Kunst überhaupt nicht. Okay. Interessant. Ähm, vielleicht können wir ja hier noch einen Attentäter ausbilden, der sich um die Hexe kümmert. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, kann man da einen Priester hinschicken? Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr. Okay. Dann machen wir doch mal folgendes. Wir bilden hier einen Priester aus und wir bilden hier einen Priester aus. Schauen wir mal nach dem Bau. Hier wird ein Wirtshaus gebaut und hier bauen wir dann eine Marineakademie. Ein Wirtshaus wäre hier auch möglich, dann könnten wir hier auch einen Attentäter ausbilden. Ledergerber wäre auch nicht verkehrt. Aber wir haben ja kaum Truppen, die wir hier ausbilden. Hm. Oder die Farmgemeinschaft. Wir bauen da die Farmgemeinschaft. So, dann haben wir das. Hier haben wir den Diplomaten. Der soll sich, joa, mal hierhin begeben. Sofort. Eure Befehle? Hier haben wir noch Truppen. Oh, ganz schön viele Truppen haben wir hier. In Frankfurt. Dann haben wir hier eine Reichsarmee, die da steht. Die Truppen schicken wir Richtung Osten, hatte ich gesagt. Na, na, marschiert! Wir reisen morgen weiter. Ja! Und hier haben wir die polnische Armee. So, und mit den Soldaten, die wir da haben. Oder mit denen in Magdeburg. Wie machen wir das? Moment. Ich denke mal, wir ziehen mit denen hier hin. Wir brauchen aber noch Ausstattin-Verstärkung. Und wenn die dann da sind, ziehen die von hinten hier gegen die. Und wir greifen jetzt erstmal die Truppen hier vor Magdeburg an. Und dann nehmen wir... Eure Befehle? Wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen alle Ballisten. Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Ja, der Wille geschehe. Eure Befehle? Eigentlich nehmen wir alle Truppen. Eure Befehle? Edle Feind. Ihr solltet uns fürchten. Sie haben nichts Besseres als den Tod verdient. So, und jetzt können wir doch eigentlich nochmal... Eure Befehle? Ja! ...mit allen Truppen angreifen, glaube ich. Und das machen wir auch. Machen wir das? Moment. Ja, doch. Muss ich mich mal überlegen. Also wir ziehen uns erstmal noch mit denen hier rüber. Die ziehen wir hier rüber. Und von da ziehen wir mit... ...denen. Mann König! Eure Befehle? Ja! Mann König! Und denen hier rüber, um anzugreifen. Wessen Zeit ist abgelaufen? Der greift nochmal den Obmann an. Das hat er sich selbst eingebrockt. Geht dadurch noch ein bisschen besser. Sehr gut. Wer ist mein Ziel? Wie ihr wünscht. Ja! Dann haben wir den da. Mann König! Die stehen da. Mit denen können wir... Eure Befehle? ...die angreifen. Sieh im Stolz in den Kampf, Herr! Mein König! Okay. So, Moment. Dann muss ich nur die Armee hier auswählen. Dann gebt mir doch mal meine Armee. Nicht die polnische. Mein König! Angreifen den da. Ach, das geht nicht. Eure Befehle? Achso, okay. Sieh im Stolz in den Kampf, Herr! Komisch. Na gut. Dann nehmen wir jetzt die hier. Na gut, wir haben die jetzt erstmal von Magdeburg weggedrängt. Die würden sich vermutlich dann vereinen. Was ich gar nicht so gut finden würde. Deswegen ziehen wir jetzt mit... So, Sperrmiliz und Edelmänner. Dann brauchen wir die, die... Na, wir ziehen mit... Mann König! Eure Befehle? Genau wie wir es gerade auch vorhatten. Eure Befehle? Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Genau. Das ist ihr Untergang! Ja, das ist die Synchronstimme von William Chetner. Ach, William Chetner, was red ich da? Von Jonathan Frakes, dem Commander Riker auf der Enterprise, glaube ich. Also, ich weiß, dass... Also, ist der Commander... Er spielt den Commander Riker auf der Enterprise. Ich glaube, das ist die Synchronstimme, ja. Mir wäre sicher. So, wir platzieren unsere Ballisten ganz vorne. Vermutlich dann irgendwo hier so. Bogenschützen dahinter. Kavallerie dahinter und die Hippenträger hinter den Ballisten. Schlacht starten, Pause einstellen und dann gucken wir erstmal, wie hier die Situation, die sich hier darstellt. Okay, dann sollen die... Ja, guck mal hier, die sind schon fortgebildet. Die sollen nochmal mit Brandpfeilen und frei feuern. So, und dann bewegen wir unsere Ballisten hier hin. Joa. Und los. Und die Bogenschützen hier hin. Die da hin. Und die da hin. Okay, die bewegen sich auch nach vorne. Das heißt, wir müssen gucken, wann wir auf die schießen können. Und das wäre jetzt schon der Fall. Das heißt, alle anderen müssen jetzt auch stehen bleiben. So, also Bogenschützen. Hier rüber. Rennen. Okay, stopp mal eben. Der Gegner, der kommt offenbar auf den Zug gerannt. Sprich, die Kavallerie rennt jetzt da hin. Und die rennen nirgendwo hin. Jo, dem ist so. Also unsere Kavallerie reitet in die polnischen Edelmänner rein. So, da hatten wir gerade Glück. Und schnell wird unsere Kavallerie wieder raus. Oh, die Truppen den Kampfeswillen verlieren. Die da raus da. Und wir lassen unsere Truppen weiter feuern. Na, das war ja mal eine gute Idee, die Ballisten alle mitzunehmen. So, dann machen wir jetzt folgendes. Die Ballisten feuern natürlich erstmal noch weiter. Das sieht nämlich sehr gut aus, wie sie das machen. Der eine Teil reitet in die und der andere Teil, der reitet nochmal weiter. So, die dürfen jetzt alle ihr Feuer einstellen. Und die reiten dann in die Sperrmilits da vorne. Ja, in die Sperrmilits rein, nicht in die. Ah, das ist mal wieder KI. Die sollen die angreifen. Also, die kriegen das nie hin. KI ist so unglaublich schlecht. Ich werde es auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ist ja nicht mal ein Fehler. Ich habe das Spiel ja nicht programmiert. So, also hier da rein jetzt bitte. Die laufen direkt neben den Herr. Scheinen wirklich nicht fähig zu sein. So. Diesen Entkommen, da werden es toll. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in der Lage sind, unsere Ballisten mit zurückzunehmen, mit nach Magdeburg. ein überwältigender Sieg. Das lehrt sie das Fürchten. Oh. Plus eins Loyalität. Wir werden niemals aufgeben. Denen ziehen wir hier rüber. Marschiert los. Und hervorragend. Alles bereit für einen Hinterhalt. Wie lautet euer Befehl? Okay. Mein König. Ja. Jetzt hier. Mein König. Eure Befehle? Tja, jetzt haben wir hier die Ballisten. Die Ballisten sind jetzt da und Magdeburg liegt offen da. Also, wir brauchen auf jeden Fall Truppen in Magdeburg. Das ist klar. Und da ziehen wir auf jeden Fall den General hin. damit wir dann hier auch Truppen ausbilden können. Nämlich weitere Panzerritter zwei. Und der Rest, der zieht dann in der nächsten Runde weiter. Ja. So, machen wir das. So, dann können wir ja nicht weitermachen. Okay. Das sieht mal nicht schlecht aus. Mein König. So, dann haben wir hier noch die paar Mann. Die haben wir ja auch noch zur Verfügung jetzt. Mit denen können wir in Richtung Stettin ziehen. Wir hatten ja Ah ja, das ist die Flotte, die hier von den Polen besiegt wurde. Das ist ja ganz besonders ärgerlich. Mit denen ziehen wir dann mal hier hin. Regeln setzen. Wobei wir könnten natürlich auch die portugiesische Prinzessin jetzt hier festsetzen. Wäre auch eine Idee. Aber machen wir nicht. Wir bilden fort die und die und können wir hier eine Flotte teilen. Wohin geht es? Können die ja nehmen und die hier hinschicken. Verlassen die Flotte, mein Herr. So, dann sitzen die nämlich alle hier fest. Kleine schlechte Idee, denke ich. Eure Befehle? Den ziehen wir dann hier oben hin. Natürlich. Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Mein König. Joa. Ja. Können wir mit denen nach, ja, mit denen können wir tatsächlich nach Magdeburg ziehen. In die englische Burg, dann machen wir das mal eben. Die kriegen wir dann noch hin. Und dann passt das soweit. Mal gucken, das war Panzerritter da eigentlich auch noch fortbilden, aber gut. Äh, die werden gerade fortgebildet, wie man hier unten sieht. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das hier oben erstmal soweit erledigt. Das kann man so lassen. Dann haben wir hier bei Antwerpen noch ein paar Truppen oben schützen. Die können wir hier ebenso entlassen, wie, ähm, ja, naja, also wir können die hier rausholen und in Richtung Süden schicken oder in Richtung Osten. Wäre natürlich auch schön, wenn wir hier Metz hätten, wäre natürlich nicht schlecht, das würde hier ein bisschen mehr Einfluss hier in Richtung Mitteleuropa geben. Das ist mir ein Dorn im Auge, dass hier so ein dunkles Eck hier ist. Aber gut. Ähm, bei Kahn haben wir noch Truppen. Ah ja, da haben wir die Reiterei und da wird ja noch einer ausgebildet. Genau, ich erinnere mich. Und wir machen das dann mal so. Ich gucke mal, kann man hier den Bogenschützen rausholen? Und wie weit kommen die Reiter? Ja. Okay, ist was, dann machen wir das folgendermaßen. Handwerpen schickt Bogenschützen dahin. Bei Brügge haben wir nichts mehr, bei Reims und Paris haben wir jeweils nichts mehr. Die langen Bogenschützen kann man da noch lassen. Und von hier schicken wir die dahin. So. Angers hat noch einige Bogenschützen, die könnten wir Richtung Toulouse schicken. Lassen wir aber vorerst noch. Okay, dann ist es wohl wieder so weit, dass wir die Runde beenden. wieder haben wir unseren Diplomaten vergessen auf der iberischen Halbinsel. Was soll's? Oh, da sehe ich Reichstruppen bei Rhin. Schlachtaufstellung bei Dijon. Jo. Die greifen uns an, dann müssen wir in die Schlacht ziehen. heute machen wir unseren König stolz. Macht euch bereit! Die haben einen Katapult dabei. Das wird also bedeuten, dass die vermutlich in der Lage sein werden, die Stadt zu stürmen. Wenn wir das Katapult nicht rechtzeitig zerstören können. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt rauskommen. Will das überhaupt hinkriegen? Wie Schlacht starten? Das möchte ich doch erst mal gucken. Ich bin auch derjenige, der sich eigentlich vorbereiten kann auf die Verteidigung. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Oha! Für mich sehen die Tore geschlossen aus. Okay, folgendes. Wir schauen uns erstmal die feindlichen Truppen an. Wir ritten in Saint-Jeans hat er nur eine Handvoll. Zehn Stück. Äh, sind zwei Hände voll. Sperrmiliz, dann hat er hier Sperrmiliz, dann hat er da Sperrmiliz, da hat er Sperrmiliz und Katapult. Panzerritter, auch nur zehn und noch mehr Sperrmiliz. So, jetzt ist die Stadt ja eine Stadt und keine Festung, sprich, wir haben keine zweite Mauer, genau, man sieht's. Und unsere Truppen sind so ungünstig verteilt, wie nur eben möglich. Also, sehr ungünstig alles. was haben wir hier, Söldner Armbrust schützen, die sollen unbedingt, naja, müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen in der Kürze der Zeit. Die müssen hier hinrennen, den haben wir da, die haben wir da, okay. Die sollen, die kommen gar nicht so weit, die müssen da hinrennen. Bogenschützen haben wir auf der Seite, das ist nicht schlecht, die sind dann wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach, die sind hier unten. Ganz toll. Müssen da hinrennen. Hier haben wir die, die können da stehen bleiben. Ja, die sind ja da hinten, haben wir leider gesagt. Die sind da hinten. Ach, Moment, die sind hier hinten. Ne, genau, die sind da hinten, genau, die sind da drin, die sollen dann immer hier vorne rüber kommen und die stellen wir hier so vors, hier so vors Tor, damit die da durchschießen können. Die kriegen dann Feuerpfeile. Ja, alles klar, so weit, so gut. Hier muss ich natürlich einstellen, dass die alle frei schießen können, ohne Befehl feuern und die Armbrust schützen beide jeweils mit Feuerpfeilen und die sollen dann nach Möglichkeit hier schon auf die Katapulte schießen. Das wäre natürlich sehr gut. So, und ich hoffe jetzt, dass die sich da erstmal noch nicht in Bewegung setzen. Die müssen hier weg. so, vielleicht können wir ja hier die Katapulte in Brand setzen, bevor die sich hier bewegen. Oh ja, und die laden jetzt ihre Katapulte, wie man sieht. Okay. Da bin ich mal gespannt. Feuern die hin. Feuern natürlich aufs Tor. Den bewegen wir uns mal raus. So, dann haben wir hier noch Armbrust schützen. Sollen wir mal da hinten hinrennen. Hier oben sollen die hinrennen. Rennen, habe ich gesagt. mal gucken, was wir hier zerstören können. Ich hoffe doch, das Katapult oder die Katapulte. Die sollen dann feuern auf das Katapult. Ja, wie man sieht, sind da schon ein paar Männer drauf gegangen. Balliste stellt sich da mal hier vorne hin. Und das sind die Langbogenschützen, die kommen da gerade angerannt. Sehr schön. Schießen auf das Gebäude. Die schießen jetzt da drauf. Da kommen Panzerritter. Die sollen hier mal rauskommen. Ja, die werden sich jetzt an der Balliste festkrallen. Versuchen die da fest zu nagen beziehungsweise auszulöschen. So, die schließen ebenfalls aufs Katapult. Die kümmern sich hier um die schwere Kavallerie. Sieht gut aus. Die ziehen wir hier rüber. Rennen. Unsere Bogenschützen kämpfen ganz gut weiter. So. Gefällt mir. Weiterhin auf das Katapult schießen und die können hier mit ihren Armen brüsten weiter schießen. das sieht gut aus. Ich denke mal, feuern jetzt auch. Beziehungsweise die feuern jetzt auch. Genau. Die dann bitte auch. Da rein. Okay, doch nicht unbedingt da rein. So, die kämpfen an der Seite die Armbrustschützen schießen da und da auf die. Die haben da hätten schon ihre Lagerungsgeräte teilweise fallen lassen. Schnell zurück. Armbrustschützen schießen auf die berittenen St. Jeans, die sich hier in selbstmörderischer Manier in unseren in unsere Sperrkämpfer rein stürzen. So. Können wir mal gucken, ob die hinten noch schießen können. Okay. Ja, die sollen noch mal weiter schießen hier, so wie sie es gerade machen. Oh ja, da hat unsere Balliste gerade sehr gute Arbeit geleistet hier. Kampf gegen die Sperrmiliz. So, wieder zurückkommen. Wir lassen die kommen, die wollen uns ja belagern. Sehr gut, das sieht sehr gut aus. Die fliehen alle und verlieren auch einiges an Einheiten. Ich überlege gerade, wir setzen die Schlacht fort und können so noch ein paar weitere feindliche Truppen besiegen. Man sieht da hier die Pfeile, die da noch geflogen kommen und auch unsere Ballisten können dann noch reinfeuern hier. Die sind jetzt schön in einer Reihe, da könnt ihr die Balliste schön reinfeuern. Würde sehr gut funktionieren. Gucken wir mal. Naja, es klappt oder es klappt nicht. Okay, dann haben die sich jetzt zurückgezogen erfolgreich. Gut. Die kann stehen bleiben. Dann haben wir es geschafft, würde ich sagen. Wir ziehen uns mit unseren Truppen in die Stadtmitte zurück und haben die Schlacht gewonnen. Sehr gut. Kommen sie alle zurück. Und 15 Gefangene haben wir auch noch gemacht. Sehr schön. Das lief doch mal gut. Dann haben wir die Stadt erfolgreich verteidigt. Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Genau. So, okay. Das lief nicht schlecht. Wir lassen unsere Verbündeten erstmal wieder nach Edinburgh abziehen. Der Papst kommt nicht gegen den Ketzer an. Schade. Eine neue Bedrohung. Kaufleute des Fernostens brachten neue Kunde. Sie berichten über einen finsteren Kriegsherren mit Namen Genghis Khan. Erscharte eine unaufhaltbare Horde Reiter um sich. Diese Mongolen ziehen erschreckend schnell durch Transoxanien. Ihr Blick ist starr nach Westen gerichtet. Sie ziehen nördlich oder südlich um das Kaspischen Meer herum. Oha. Kaspischer Meer das ist hier. Hier ist der Nordweg und hier der Südweg. Hier das Schwarze Meer. Naja dann es wird sich natürlich anbieten hier rum zu ziehen. Hier auch ganz fruchtbar. Man sieht hier alles schön ausgebaut. Naja okay bin gespannt wann die denn auch mal bei uns ankommen. Rundenbericht schauen wir uns noch eben an. Das sieht alles in Ordnung aus. Ereignisse Baubericht Rekrutierungsbericht und Krieg erklärt. Venedig erklärt Ägypten den Krieg. Okay gut dann haben wir gerade irgendwo Bauern ausgebildet aber gut das soll mir jetzt erstmal egal sein. Das wird wahrscheinlich irgendwo hier in einer der selbstverwalteten Städte sein wenn überhaupt vielleicht war das auch einfach nur Einbildung wobei ich naja wir gucken mal okay wir schauen uns das in der nächsten Folge an wir machen jetzt an der Stelle wieder eine Pause ich hoffe dass es euch gefallen hat vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst Tschüss Tschüss